An die Spürung. Mach ich hin. Ich meine, wenn du mich so drittst, ist das nicht schlimm. Das Schöne ist, es ist ja kein Schwert, das heißt, du hast zwei Seiten. Du kannst dann, vor allem, du kannst stoßen und schlagen. Ja. Und du kannst entwaffnen. Stellt er automatisch scharf? Ja, angeblich ja. Man sieht's, ob die scharf stellt. Ich reiche jetzt nicht daran von meiner Länge her. Lass dir was einfallen. Ja. 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 So. Das war's für heute. Das war's für heute. Vielen Dank.